Sind Sie bereit, die Geheimnisse zu entdecken, den Reichtum und Wohlstand zu erreichen, von dem Sie immer geträumt haben? Wussten Sie, dass Beten mit viel Glauben Ihnen helfen kann, sich von einschränkenden Glaubenssätzen und negativen Konzepten zu befreien, die Ihr Wachstum in allen Bereichen des Lebens behindern? Befreien Sie sich von Gedanken, Bildern und Phrasen, die Ihr Selbstvertrauen untergraben und Gefühle von Angst und Unfähigkeit hervorrufen. Entdecken Sie die transformative Kraft, die das Gebet für Ihr berufliches, emotionales, finanzielles und spirituelles Leben haben kann. Erreichen Sie die Fülle und den Wohlstand, den Sie verdienen. Willkommen zum Divine Connection Kanal, lassen Sie uns gemeinsam ein kraftvolles Gebet sprechen, das Wege zum Schutz öffnet und auch dazu, Fülle vom Universum zu empfangen. Atme tief ein, verbinde dich mit deiner Essenz und stelle dir vor, wie du vor dem göttlichen Schutz und in den Armen der Liebe Gottes liegst. Lasst uns gemeinsam beten und in diesem ersten Moment die Gegenwart Oriels anrufen, damit er uns begleitet und unsere Gebete zum himmlischen Vater bringt. Wenn Ihnen diese Art von Inhalten gefällt, hinterlassen Sie bereits Ihr Like und abonnieren Sie den Kanal, um kein neues Video zu verpassen und vergessen Sie nicht, die kleinen Glockenbenachrichtigungen zu aktivieren, um über alle unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Ich rufe die heilige Flamme der Freude und des Glücks an, um mein Leben mit lebendiger und positiver Energie zu durchfluten. Möge ich nicht länger im Schatten leben und wegen der Widrigkeiten des Lebens weinen und depressiv werden. Möge ich ein glücklicherer und erfüllterer Mensch werden, der alles wertschätzt, was ich habe und was ich bisher erreicht habe. Mögen mich schwierige Momente nicht mehr niederdrücken, sondern mich stärken. Möge die Flamme der Freude und des Glücks in mir nie mehr erlöschen. Mögen Freude und Wohlwollen mein Markenzeichen sein, wo immer ich hingehe, und eine positive Energie verbreiten, die die Welt so dringend braucht. Mögen meine Augen die Flamme des Glücks ausstrahlen, so dass jeder weiß, dass ich ein gesegneter Mensch bin. Mit Demut und Glauben stelle ich mich vor dich, her, und bitte dich, jeden Feind, ob offenbart oder nicht, der mich erreichen will, zu erleuchten. Mögen alle Menschen, mit denen ich in Kontakt bin und mit denen ich lebe, in diesem Augenblick gesegnet sein. Ich danke den heiligen Engeln, insbesondere Erzengel Uriel, dass sie mir die Kraft der Heilung schenken und mich zu diesem Gebet führen, damit ich meine Bitten manifestieren kann. O Erzengel Uriel, Sohn Gottes, Verkünder des Wortes und Beschützer der Seelen, ich bitte dich in diesem Augenblick um deine Hilfe, um meinem Leben, meinem Geschäft, meinem Beruf und meiner ganzen Familie Wohlstand zu bringen. Möge dein göttliches Licht meinen Weg erhellen und mich leiten, damit ich die Fülle und den Reichtum erreiche, die ich mir so sehr wünsche. Ich weiß, dass es deine größte Macht ist, Glück und Wohlstand in allen Bereichen des Lebens zu gewähren. Deshalb stehe ich mit offenen Armen vor dir und versichere, dass ich bereit bin, alle Herausforderungen anzunehmen, die du mir in den Weg stellst, im Vertrauen auf deine himmlische Begleitung und deine göttliche Vorsehung. Ich bitte Erzengel Uriel um Hilfe, damit er mich auf der Suche nach Exzellenz auf den richtigen Weg führt, denn das ist genau das, was ich in diesem Moment brauche. Erzengel Uriel, beschütze mich und halte mich fern von allen falschen Geschäftsangeboten sowie von Arbeiten mit Luke und Tug. Nur du kennst die wahren Absichten der Menschen, und ich vertraue auf deine göttliche Weisheit, mich aus jeder Situation zu befreien, die meinem Leben und meinem Weg zur Hoffnung schaden könnte. Jetzt kann ich meinen Geist, meinen Körper und meine Seele in dir ruhen lassen, alles wird leichter, ich kann meine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen, mein Leben mit Freude, mit Ruhe, mit Gelassenheit und in Harmonie mit allen Menschen um mich herum und mit dem gesamten Universum leben. In diesem Moment rufe ich die Gegenwart Gaviers an, um mich auf meinem Weg zu führen und zu beschützen, um mich vorzubereiten und mich in allen Bereichen meines Lebens zu verwirklichen. O Engel, dessen Name, Gott ist mein Reichtum, bedeutet, ich rufe dich an, dass du mir den Weg frei machst und den Wohlstand in mein Leben bringst, den ich so reichlich verdiene. Beschütze mich vor allem und jedem, der versucht, mich am Wohlstand zu hindern, lass niemanden meine Wege versperren, solange ich deinen Namen dreimal wiederhole. Gadiel, 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 ich rufe deine Macht und Weisheit an, damit du deinen Schild um mich legst und alles Böse, die Armut und das Elend aus meinem Leben vertreibst. Ich stehe jetzt unter deinem Schutz, und nichts und niemand wird mich auf meinem Weg zu Wohlstand und Schutz aufhalten können. Möge es so sein, durch unseren Herrn Jesus Christus, Amen. Liebe Engel, wie auch alle anderen Engel und Erzengel, ich bitte dich, mein Herz zu öffnen und mir auf meinem Heilungsweg zu helfen. Ich bekenne, dass ich es verdiene, den Segen von Gottes Fülle in meinem Leben zu empfangen, und ich bitte dich, mir zu helfen, mich daran zu erinnern, dass dies mein göttliches Geburtserbe ist. Möge ich Fülle in allen Formen erfahren, in Liebe, Freude, Glück, Gesundheit, Weichtum und persönlicher Entfaltung. Mögest du mich auf meinem Weg zu Ganzheit und Wohlstand leiten und beschützen. Engel des Überflusses und der Freude, ich erkenne an, dass alle Menschen den Segen des Überflusses verdienen, und ich bitte dich um deine Gegenwart bei mir, um deinen Segen zu empfangen. Ich rufe dich an, Engel Gardiel des Reichtums, um mir den Reichtum zu bringen, den ich in meinem Leben brauche, denn ich bin ein Mensch, der deine Hilfe verdient. Deine Aufgabe ist es, mir in finanziellen Angelegenheiten zu helfen, und ich nehme deine Hilfe mit großer Dankbarkeit an. Engel des Reichtums, ich bitte dich zu glauben, dass ich in jeder Phase meines Lebens finanziell vorankomme und die Autorität erreiche, die ich mir so sehr wünsche. Ich erkenne an, dass du das Leben vieler Menschen verändert hast und die Fähigkeit besitzt, auch mein Leben zu verändern. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dich anzurufen und auf deine göttliche Macht zu vertrauen, um viel Geld und finanziellen Erfolg in mein Leben zu bringen. Ich rufe dich erneut an, Gadiel, 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 um mich auf meiner Reise zu Reichtum und voller Erfüllung in allen Bereichen meines Lebens zu führen und zu beschützen. Ich bin dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, und erkenne, dass sie für mein persönliches und spirituelles Wachstum wesentlich waren. Ich entscheide mich jetzt dafür, der Architekt meines eigenen Glücks und Erfolgs zu sein, ich entscheide mich dafür, in Fülle und Wohlstand zu leben und positive und optimistische Gedanken zu pflegen. Ich weiß, dass ich Tugenden, Qualitäten, Fähigkeiten, Weisheit und Intelligenz in mir trage, die mich befähigen, ein erfülltes Leben zu führen. Allmächtiger Gott, ich danke dir für all die Segnungen, die du mir schickst. Ich empfange ihn mit offenem Herzen und danke dir, dass du jedes Hindernis mit deiner Kraft überwindest. Vor mir sehe ich eine Zukunft voller Tatendrang, Aufbau und voller Freude. Ich vertraue auf deine göttliche Vorsehung, um Glück und Schutz in allen Bereichen meines Lebens zu erlangen. Ich bin frei, meinen eigenen Weg zu bellen, unabhängig von der Meinung anderer. Meine Kraft, meine Gedanken und Einstellungen zu ändern, bringt mir wunderbare Überraschungen und erstaunliche Möglichkeiten. Durch dieses Gebiet manifestiert sich die göttliche Kraft in meinem Leben und bringt mir Gesundheit und Glück. Ich spüre, dass mein Körper gesund und stark ist, dass jede Zelle und jedes Organ harmonisch arbeitet. Meine Hormone sind im Gleichgewicht und ich fühle mich voller Vitalität, Schönheit und Freude. Nichts kann mich daran hindern, die wohlhabende Gesundheit zu manifestieren, die ich verdiene. Meine Tage sind Tage des Schutzes und des Erfolgs, denn ich vertraue auf die Macht des Universums und tue meinen Teil, um sie zu erreichen. Ich wache jeden Morgen mit einem Lächeln auf, bin dankbar, dass ich liebe und bereit, alle Segnungen zu empfangen, die der Tag mir bieten kann. Geld fließt mir leicht und reichlich aus den unendlichen Quellen des Guten zu, die es auf der Welt gibt. Reichtum ist eine Konstante in meinem Leben, die in Lawinen des Überflusses ankommt und mir Freude, Glück und Erfüllung in allem, was ich tue, schenkt. Ich bin dankbar für alles, was ich habe, und für alles, was ich noch zu erobern habe. Im Vertrauen auf Gott fließen Schutz und Fülle beständig und reichlich in mein Leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich die Weisheit habe, mit meinem Geld bewusst und verantwortungsvoll umzugehen, weil ich weiß, dass jede Entscheidung, die ich treffe, zu meinem Wachstum und zum Wohlergehen alle um mich herum beiträgt. Meine Freunde sind Quellen der Inspiration und öffnen mir vorteilhafte Türen für meinen Fortschritt, was sich ausbreitet und allen, mit denen ich zusammenlebe, Optimismus und Aufsicht bringt. Reichtum ist für mich zum Greifen nah, und ich bin dem Universum und Gott für alle Segnungen dankbar, die mir zuteil werden. Mit Glaube und Hoffnung erfülle ich meine Träume und habe Erfolg in allen Bereichen meines Lebens. Gott ist mein Wegweiser und wohnt in mir und inspiriert mich, jeden Tag erfolgreicher und reicher zu werden. Mein Leben ist so groß wie meine Träume, und ich danke für alle Segnungen, die mir zuteil werden. Ich glaube jetzt an mich selbst und meine Fähigkeiten, und so erkläre ich, dass mein Leben ein Fest der Fülle und des Wohlstands ist, in dem es nur Platz für Fülle und Freude gibt. Ich schwinge Energie, Vitalität und Erfahrung in all meinen Zielen und habe immer Fokus, Weisheit und Bewusstsein in allen um mich herum. Ich bin kreativ, entschlossen und kraftvoll, habe immer viele Ideen und setze sie in die Tat um, um anderen zu helfen. Ich lasse nicht zu, dass mich irgendetwas oder irgendjemand daran hindert, mein volles Glück zu erreichen und eliminiere daher alle Arten von Abhängigkeiten, die mich beeinträchtigen können. Ich verwandle meine Schmerzen und Sorgen in Lernen und übergebe die Kontrolle über mein Ego der bedingungslosen Liebe, die alles heilt und erneuert. Ich habe mehr Vertrauen und Glauben in mich und meine Entscheidungen, was mir erlaubt, mein Herz für eine leichtere und fließendere Kommunikation mit anderen Wesen und mir selbst zu öffnen. Mein Leben ist jetzt mit Freude und immer mehr Freude erfüllt. Ich lasse alle Widerstände und Begrenzungen los, die mich daran hindern, mein Bestes zu manifestieren, und ich bitte das Universum, mir mehr Liebe, Freude, Erfolg und Fülle zu schicken. Ich verdiene all die Segnungen, die das Universum mir anbietet, und ich bin offen und empfänglich dafür, alles zu empfangen, was gut für mich ist. Ich vertraue dem Fluss des Lebens und glaube, dass das Universum mir immer das anbietet, was für mein Wachstum und meine Entwicklung am besten ist. Es verwandelt mein Leben und macht mich all des Schutzes würdig, den ich verdiene. Öffne mir die Augen für die Möglichkeiten, die sich überall um mich herum bieten, und führe mich zu einem Leben voller Fülle und Erfolg. Möge ich die Weisheit haben, den mir verliehenen Reichtum für das Gemeinwohl einzusetzen und den Bedürftigen zu helfen. Möge ich ein Beispiel für Schutz und Großzügigkeit für alle um mich herum sein, denn ich weiß, dass mein Weg mit deiner Hilfe immer ein Weg der Eroberungen und Siege sein wird. Mit der Kraft des Namens Jesu Christi erhebe ich meine Stimme und verkünde, dass der Wohlstand in Form einer Lawine der Fülle in mein Leben kommt. Ich bin ein Kind des Gottes, der alle Reichtümer der Welt geschaffen hat, und meine Bestimmung ist es, ein wohlhabender und glücklicher Mensch zu sein. Mit unerschütterlichem Glauben stelle ich fest, dass alles, worum ich in diesem Gebet bitte, bereits Wirklichkeit ist. Mit der Liebe in meinem Herzen und dem Schutz der Erzengel Gadiel und Uriel ist mein Leben erfüllt von Freude, Sicherheit, offenen Wegen, Möglichkeiten, Gesundheit, Frieden und viel Liebe. Nach dieser Weise der Gebete und Manifestationen ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass unsere Gedanken und Einstellungen unsere Realität formen. Wir müssen immer eine positive und zuversichtliche Haltung bewahren, selbst im Angesicht von Widrigkeiten. Der Glaube an uns selbst und an eine höhere Macht, die uns führt, ist unerlässlich, um unsere Ziele zu erreichen und in voller Fülle zu leben. Möge diese Energie der Liebe, der Dankbarkeit und des Schutzes, die wir in unseren Gebeten zum Ausdruck bringen, uns auch weiterhin bei jedem Schritt unserer Reise begleiten und uns Gesundheit, Sicherheit, die Eröffnung neuer Wege, Chancen, Frieden und viel Liebe in unser Leben bringen. Mögen wir uns immer daran erinnern, dass wir Mitschöpfer unseres Schicksals sind, und dass wir mit viel Glauben, Hingabe und Fähigkeiten alles erreichen können, was wir wollen. Liebe Freunde, es war mir eine Freude, dieses kraftvolle Anrufungsgebet an die Engel Gadiel und Uriel mit euch zu teilen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der göttlichen Transformation eures Lebens helfen.